Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FIFA 17 The Journey. Ja, in der letzten Folge haben wir ja gegen unseren Rivalen, mittlerweile unseren Rivalen, Gareth Walker gespielt gegen Manchester United, konnten einen 0 zu 1 Sieger ringen, konnten aber keine Akzente setzen, wie schon in der letzten Partie nicht. Also sind wir jetzt zwei Spiele ohne Akzente, ohne Tore gewesen und auch ohne Torverlagen. Das heißt, wir müssen uns heute im Training umso mehr anstrengen und dann wieder ins Geschehen eingreifen zu können und ein paar Tore zu erzielen, damit der Trainer uns nicht wie in der letzten Folge wieder auswechselt in den letzten Minuten. Was für ein schöner Arbeitstag, fangen wir gleich mal an. Ja, dann wollen wir doch auf ihr... Okay, Schüsse aus der Distanz. Die Power ist wichtig, aber die Kontrolle müsst ihr verinnerlichen. Direkt mal reingehen, wollte ich sagen. Weitschüsse und ich glaube, das andere waren wieder Kopfball und Wolleys, wo wir uns wieder gegen den Abwehrspieler durchsetzen müssen. Wir gehen hier aber erstmal die Weitschüsse wieder an. Müssen uns hier... Boah, das gibt's ja nicht. Die Schuhe bringen hier mal gar nichts. Jetzt im Training bringen sie hier alles, aber im Spiel konnten wir noch nicht die Akzente setzen. Außer dieser einen Schuss außerhalb des Sechzehners gegen Manchester United, den De Gea, erstmal abwärmen musste. Ich glaube aber nicht, dass er drin gewesen wäre. Aber wir gehen hier erstmal durchs Training durch, treffen hier einwandfrei die Latte. Und ich hoffe, dass wir hier auch unser A jetzt mal erreichen, sonst wird das ziemlich schwer. Den wird links schießen sollen, aber das ist auch egal. Hier unten rein, schön getroffen. Jetzt vielleicht mal unten links. Sehr schön, da haben wir unser A und jetzt nochmal oben. Klasse und da haben wir Schoma, unser A und jetzt geht's Kopfbälle und Wolleys wieder gegen den Verteidiger. Und da sahen wir ja bis jetzt immer sehr gut aus und können uns hoffentlich heute auch wieder das A schnappen in diesem Training. Wir wollen hier gleich mal schade, dafür kriegen wir natürlich wieder keine Punkte. Dafür kriegen wir nur 200 Punkte. Was ist jetzt los hier mit Mr. Alex Hunter? Er trifft keinen Ball mehr, zumindest keinen Ball mehr richtig, sodass wir hier nur Luschenpunkte kriegen. Und machen gar keine Tore mehr hier. So kann man hier kein A holen. So kann man auf jeden Fall kein A holen. Das steht schon mal außer Frage. Hier das erste Tor. So kann man sich auf jeden Fall nicht im Training zeigen. Das müssen wir, glaube ich, nochmal machen. Ja, schieß mal den rein aus kurzer Distanz. Sehr schön, der jumpt uns hier komplett entgegen. Den Ball haben wir verloren. Der Ball wird auch nichts. Das habe ich schon im Ansatz gesehen. Ja, und so können wir uns hier halt nicht zeigen. So können wir uns hier im Training nicht zeigen. Wenn wir hier keine Tore erzielen, dann erzielen wir diese auch nicht im Training. Und wir haben jetzt erst ein C und die Zeit ist vorbei. Und wir müssen es nochmal machen. Jetzt aber. Jetzt ist der Flow drin. Wir erzielen hier direkt zwei Tore. Versuchen hier das dritte. Schaffen es. Versuchen hier das vierte. Der geht auch rein. Jetzt kommt der Gegenspieler. Wir treffen hier die Latte. Setzen uns hier nochmal durch. Der Torwart musste da hingehen. Boah, da war er knapp vor uns dran. Wir schleichen uns vor ihm. Er kickt uns die Beine weg. Holt sich aber dann, weil er schneller aufstehen kann. Komischerweise den Ball. Und wir versuchen es hier weiter uns gegen ihn durchzusetzen. Schaffen es aber hier wieder nicht. Weil er diesmal zu aggressiv ist. Heute ist er zu aggressiv. Wir haben zwar jetzt schon das C. Können hier uns das B holen. Und jetzt versuchen wir hier in den letzten Zügen das A zu holen. mit dem Fluchkopfball. Und hier nochmal der andere Kopfball. Und jetzt sind es die letzten Bälle, auf die wir hier bauen müssen. Und da machen wir unser A perfekt. Und der Gegenspieler fickt uns hier erstmal auf dem Rasen. Was natürlich zu obszölen Äußerungen führt. Und wir holen uns hier trotzdem das A. Vielleicht haben wir eine gute Aktion auf dem Rücken hingelegt. Und streichen hier im Training zweimal wieder das A ein. Das sollte uns wieder für die Startelf empfehlen. Sodass wir nicht ausgewechselt werden in den letzten Minuten. Und müssen jetzt mal wieder uns zusammenreißen und Leistung zeigen. Das ist das Wichtigste, was wir jetzt machen müssen. Den Kopf freikriegen und Leistung zeigen. Ich meine, wer macht diese Werte? Okay, jetzt wird's ernst. Mal sehen, wo du stehst. Und... Fünfundsechzig? Nur fünfundsechzig? Das ist doch totaler Blödsinn. Oh, nein, nein. Der sieht sogar viel besser aus. Halt die Klappe. Okay, zeig, wo du stehst. Schnell weiter. Ho, 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 ho. Fünfzig, Mann, wie schlecht. Nein, nein, nein. Das war alles von vornherein geplant, ja? Ja, damit mein Profil nicht aufliegt. Oh, klar. Und du niemals siehst, wie die Williams kommen. Und dann, boom. Vergiss es. Komm rein, Michael. Du hörst, dass ich es bin? Hey, Taylor. Hört man eben. Wann kriege ich einen Vertrag? Kriegst eine SMS? Ich hab so einen Stapel Angebote. So dick. Lustig. Echt lustig. Ich wollte dir nur kurz was zeigen. Du weißt, dass man Bilder auch schicken kann, Michael. Zeig her. Den Jungen hab ich heute im Einkaufszentrum gesehen. Oh, armer Junge. Hat wohl keine Williamses mehr. Die Marke Hunter wird immer erfolgreicher, Alex. Also, alles, was du machst, machst du genau wie bisher. Auf und neben dem Rasen. Fünfzig. Ist ja echt ein Albtraum, mein Sohn. Jemand hat drückt beim Späh... Ach, Danny. Ich ruf dich schon an. Danke, Michael. Hart. Hart. Herrlich. Mr. 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 X-Hunter. Mr. Die Hunter-Marke wird immer stärker. Da geht wahrscheinlich ein Stern auf. Hey, Mr. X-Hunter. Sorgst du schon wieder für Furore auf den Social Media Websites? Gibst du mir ein paar Follower ab? Mr. X-Hunter. Liebling der Fans. Aber ein zweiklassiger Kicker. Musst du gerade sagen. Ein Topmann wie Mr. X-Hunter muss in die Startelf. Die Fans wollen das. Alex-Hunter. Alex-Hunter wird immer mehr zum Liebling der Fans. Und diese Bewunderung hat er natürlich absolut verdient. Ist immer schön, wenn ein junger Spieler, dem man enorm viel zutraut, die verdiente Anerkennung erhält. Alex-Hunter ist mein ewiger Lieblingsspieler. Liverpool will den Heimfans heute so einiges bieten. Ich freue mich drauf, die Jungs heute zu Hause zu sehen. Immer klasse, in diesem Sternion zu sein. Los, Liverpool. Ja, heute wohl gegen Chelsea, wie wir gesehen haben. Drei gegen vier. Wir gucken mal, ob die anderen schon gespielt haben. Ja, die anderen haben schon gespielt. Wir können hier mit einer guten Leistung und den drei Punkten an Man United vorbeiziehen, weil wir das bessere Torverhältnis haben. Dann wollen wir das doch mal direkt in Eingriff nehmen. Aber gegen Chelsea wird natürlich genauso schwer wie die anderen Spiele. Und ich hoffe, dass wir aber diesmal gegen Chelsea wenigstens ein Tor machen oder Vorlagen geben, damit wir uns wieder zeigen können. Das wäre sehr, sehr wichtig für Alex-Hunter. Denn sonst rutschen wir in den Durchschnitt ab. Und das gilt es natürlich zu verhindern. Denn wir wollen hier alles geben. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Wir erwarten uns einiges von der heutigen Partie. Und gleich geht es dann auch los. Hallo. Und in der heutigen Partie heißt es Liverpool gegen Chelsea. Daniel Sturridge gegen Eden Hazard. Was erwartest du? Daniel Sturridge ist ein Spieler, der von seinem sensationell guten Abschuss lebt. von seiner Kalt-Schneuzig-Klasse. Eden Hazard ist ein Spieler, der von seiner Schnelligkeit lebt. Sein Wahnsinns-Tempo. Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. Sie treten heute in 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Hier also die Aufstellung des FC Chelsea. Genau die gleiche Formation sehen wir auch auf der Gegenseite. Der Buschi ist natürlich am Ende auch immer Auslegungssache. Auf dem Papier sieht es aber tatsächlich bei beiden nach einem 4-3-3 aus. Anfield ist wohl für viele mich eingeschlossen, Buschi. Der Inbegriff von Fußball-Tradition in England. Wer hier einmal den FC Liverpool erlebt hat, vergisst es nie wieder. Kann ich mir gut vorstellen, Wolf. Hoffen wir mal, dass diese besondere Magie erhalten bleibt, wenn in den nächsten Jahren der Umbau vollzogen ist. Wie in so vielen Arenen geht es um Modernisierung, um mehr Plätze. Denn davon wird es dann 60.000 geben. Heute wird übrigens Mark Klattenberg das Spiel pfeifen. Ja und los geht's gegen Chelsea. Hier gleich mal schön den Ball erobert. Und jetzt vielleicht der erste Angriff gestartet. Ja, das war natürlich der erste Angriff. Klasse Pass. Jetzt hier Chelsea am Ball. Oh, das war ein Foul, ja. Das habe ich auch so gesehen. Achte auf deine Position. Und wir kriegen schon mal 0,5 Punkte abgezogen. So für eigentlich. Kriegen jetzt hier den Ball. Lukas Lever. Das ist wieder ein schöner Pass. Den wir super verarbeiten können. Jetzt Chelsea über die rechte Seite hier. Mit Willian. Auf Ivanovic. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen. Flank in die Mitte. Doch da ist keiner. Lukas Lever jetzt. Ja, Chelsea steht tief. Macht das Spiel hier in der Mitte. im Mittelfeld schon sehr, sehr eng. Boah, jetzt ein langer Ball. Auf Coutinho. Der kommt natürlich nicht an. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Das wäre auch so schön gewesen. Wir holen uns hier aber den Ball. Spielen den Ball. Schießt. Oh. Der Pfosten. verhindert das 1-0. Wir können uns hier den Ball wieder erobern. Schießen selber. Oh. Der Ball geht ins Tor aus. Das war knapp. Schade, 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 schade. Geht ihr noch an den Pfosten? Ja, er geht noch an den Pfosten. Das gibt's nicht. Oh. Mein Gott. Kein Glück mit diesen Schuhen bis jetzt. Also ob es die richtige Entscheidung war, diese Schuhe zu nehmen oder ob wir uns einfach dumm anstellen mittlerweile. Ich denke, heute dürfte uns eine ziemlich ausrichtigende Partie erwarten. Was meinst du, Besitz? Das bleibt nur noch abzuwarten. Ist ja sonst meist favorisiert. Heute sieht es ein bisschen anders aus. Schön hier der Spielzug. Leider in die Mitte gepasst, welche nicht anders kontrollieren konnte. Die Abwehr steht gut. Da hätte er nicht schießen sollen. Da hätte er nicht schießen sollen. Da hätte er nicht passen sollen zu uns. Da hätte er noch mal passen sollen. Das wäre die bessere Option gewesen. Denn da war die Lücke. Und da hätte ruhig was entstehen können. Aber so. Der Ball im Aus. Abstoß für Chelsea. Mittlerweile ein bisschen unter Druck hier. Kommt kaum aus der eigenen Hälfte raus. Aber jetzt vielleicht mal mit dem Vorstoß. Nein, wir oberen hier den Ball. Spielen hier nach außen. Holen uns aber den Ball gleich wieder. Jetzt, aber der Vorteil wurde abgeflüchtet. Das ist eine gute Sache. Matjic mit dem Foul an uns. Ich hoffe, er macht ihn aus dieser Entfernung nicht wieder direkt. Wir versuchen uns hier wegzustehen. Wir müssen aber hier aufs Abseits aufpassen. Und da kommt der Ball. Abwehrspieler steht hier einfach richtig. Gute Stellungsspiel. Sie passen dem Ball gut. Aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Jetzt kommt die Flanke. Oh, und abgewehrt. Das wird nicht gefährlich. Sie haben den Ball. Vor den Gegenspieler. Jetzt wird es Ecke geben. Hier nochmal der Schoß von uns. Knapp an den Pfosten. Das wäre natürlich ein Traumtor gewesen gegen Chelsea hier. Schade. Da wäre es bei einer passiert, dass wir uns hier gut in Szene setzen. Wir müssen hier mit zurückarbeiten und holen uns hier den Ball. Sehr gut gemacht. Schön vom Stürmer mit zurückgearbeitet. Es muss natürlich auch hier was passieren. Der Pass, den kann man nicht verarbeiten. Jetzt vielleicht hier den Ball erobern. Ja, sehr gut. Vielleicht hier nochmal. Nee, leider nicht. Schade. Aber hier wieder erobert den Ball. Aber er kommt auch an den Ball. Schön. Ach, schade. Er war zu ungenau. Wir können jetzt hier vielleicht nochmal den Ball erobern. Aber leider nicht kurz genug zum Kontrollieren. Sodass wir hier uns eine Chance erarbeiten können. Lukas. Spielt ihn doch einfach nach außen. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballwissens, Sicherheit. Zermürkend für den Gegner. Spielt ihn doch. Ja, sehr schön. Erst müsste mal eine Zündende Idee kommen. Ja, Mann, dass die nicht abwarten können, dass wir in die Lücke laufen. Nein, sie müssen uns immer anspielen, wenn wir von drei Gegnern umringt sind. Jetzt natürlich Chelsea mit dem Konter über William hier auf der rechten Seite. Fabregas hilft mit. Die Flanke kommt nicht an, wird abgeblockt, bleibt aber in Chelsea's Besitz bei Costa. Kommt jetzt die Flanke rein. Die Mitspieler bieten sich an. Costa hier immer noch am Ball. Zu lange für meine Verhältnisse. Hazard, Hazard. Immer noch Eden Hazard mit dem Schuss. Oh, aber doch gehalten. Jetzt vielleicht mal hier der Entlastungsangriff. Schöner Pass auf Hunter. Jetzt vielleicht mal alleine. Wird's jetzt gefährlich. Jetzt der Schuss. Oh, schade. Aber wir können uns hier immer weiter in Szene setzen. Oh, das war natürlich gefährlich hier. Martin. Den eigenen Spieler angespielt, zumindest angeschossen. Der lange Ball. Ich denke mal auf Coutinho soll wir kommen. Die defensive steht. Und da William schon wieder vorbei. Hier kostet er jetzt am Ball. Auf der rechten Seite. Da trete er ihn in die Zange. Sehr schön. Nun, Coutinho. Nur Spiel 3, ja, klasse. Vielleicht können wir hier die Flanke durch die Zange ausbringen. Schöne Flanke in die Mitte. Schade, da steht leider keiner. Schöne Verteidiger. Können aber hier den Ball zurückerobern. Vielleicht jetzt mal mit dem Pass in die Mitte. Sehr gut. Wir versuchen uns hier wieder vorbeizulaufen. Klasse, Tänkling. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Ja, wir suchen hier. Oh, schade. Von hier wieder Ball. Jetzt der Konter von Chelsea vielleicht. Nein, wir setzen sich so weit unter Druck, dass er den Ball weit ins Aus spielt. Weit in seine eigene Hälfte. Die erste Hälfte ist auch schon wieder fast rum. Ja, Alex Hunter hier beim Einwurf. Wir warten nochmal, dass der zweite Ball da ausgeschossen wird. Versuchen hier natürlich uns in gute Position zu bringen. Spielen hier den Ball. Flanke in die Mitte, Kopfball. Er kommt hier mit dem Kopf dran, aber nicht präzise genug. Der Ball vielleicht einen Tick zu hoch, dadurch konnte er ihn nicht wirklich kontrollieren. Schade, schade. Drei Minuten gibt's obendrauf. Vielleicht. Wer noch was machen hier? Jetzt Coutinho. Ne, das war's. Erste Halbzeit ist wieder mal rum, wieder mal 0 zu 0. Und ich befürchte, ich befürchte, wenn das Spiel schon so anfängt, dass wir hier nichts reißen werden. Dass wir wieder ausgewechselt werden. Das ist meine große Befürchtung und das gilt es jetzt erstmal zu verhindern, indem wir vielleicht hier eine Vorlage machen. Das ist das Wichtigste, was uns jetzt betrifft. Der letzte Pass von Liverpool, der kommt nicht an zu Mr. Alexander. Das kommt hier nicht in Bewegung. Achte noch stärker darauf, wo du stehen musst. Hä? Was ist das denn jetzt, bitte? Es kann losgehen. Steigen wir ein in den Durchgang 2. Das verstehe ich nicht. Wir haben hier, stehen hier eigentlich immer gut. Boah, setzt sich schön ein. Jetzt vielleicht mal. Sie bieten sich an. Defensive ist gut organisiert. Schade, jetzt aber der Kopfball. Kein Kopfball für uns. Jetzt sind wir hier vorbei. Oh Mann, der kriegt den Ball nicht unter Kontrolle. Was ist denn los mit dir? Nimm doch mal den Ball vernünftig mit. Es kam doch nicht dahin, Alter. Da kannst du gleich in die dritte Liga gehen. Das gibt es doch nicht. Chelsea hier mit Ivanovic auf der rechten Seite und William. Noch abgefangen. Schön. Ja, der Pass war natürlich nicht so schön. Der war mal wieder komplett schlecht. Wir versuchen uns hier den Ball zu erobern. Wir können aber nicht die ganze Zeit hinterher rennen. Ja, und da spielen wir uns aus. Logische Folge Einwurf hier für Chelsea. Da kommt der schnelle Einwurf. Jetzt kommt Mikel hier über links mit Hazard im Zusammenspiel. Werner Einsatz hier. Kommen aber nicht weit. Sako. Unsere Abwehr erobert hier den Ball. Die Gäste werden wechseln. Wir versuchen uns hier den Ball zu holen im Mittelfeld. Können hier aber nicht viel von uns zeigen. Vielleicht jetzt mal der Pass auf außen. Sehr schön. Vielleicht jetzt mal der Pass nach außen. Spielen doch außen. Außen steht er doch komplett frei. Sie suchen die Lücke. Warum? Warum so eine Dinger? Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher. Nein. Dann kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Da kommt der Steifahrs. Für uns zu holen hier. Wieder nichts für uns zu holen. Kommt jetzt die Flanke. Er wird wieder hier den Ball vertendeln. Und dann sowas. Hier kommt der noch zum Mitspieler an. Lukas Leber. Ja, wer soll denn den Ball kriegen? Da geht er dazwischen. Wer sollte denn den Ball kriegen? Jetzt Fabregas am Ball. Halbe Stunde noch. Dann ist das Spiel vorbei. Vielleicht hier den Ball. Und Aspilicuera. Nein, holen wir natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Jetzt Chelsea wieder auf dem Vormarsch. Und ich kriege so langsam schlechte Laune bei der Leistung des Teams. Bei der Leistung des Teams hier kriege ich langsam schlechte Laune. Wir werden hier nicht in Szene gesetzt. Ja, genau da sollte der Ball hin. Und dann so eine Pässe. Und dann so eine Pässe. Vielleicht jetzt mal hier die Vorlage. Nein, schwach abgeschlossen. Wer hätte noch ein, zwei Schritte gehen können. So bringt uns das hier nicht viel. Können hier vielleicht den Ball erobern. Nein, können hier nichts machen. Der Ball ist im Seitenhaus. Provozieren aber hier den Gegenspieler, dass er den Ball ins Ausschuss. Und Timo wird mittlerweile ausgewechselt. Und das wird uns auch bevorstehen, wenn wir hier kein Tor oder keine Vorlage anbringen. Dann werden wir hier auch ausgewechselt. Lallana macht sich da hinten auch schon warm. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Ja, wenn die hier nicht abspielen. Die passenden Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Und nicht so eine Dinger. Könnte gefährlich werden. Dann könnte man hier auch als Alexander ein bisschen was reißen. Aber so. Harry Kane sitzt zum Glück noch auf der Bank. Das heißt, wir bleiben noch erstmal drin. Vielleicht können wir jetzt hier ein Kopfballtor machen bei der Ecke. Jetzt vielleicht. Nein, wir kommen nicht ran. Und da ist das Tor. Unglaublich. Sack hoch. Was ein Ding. Völlig überraschend schießen die hier. Als Team das 1 zu 0. Herrlich. Da kommt der Fonno Ries an den Ball und macht das Ding rein. Und jetzt sehen wir hier endlich das erste Tor. 70. Minute 1 zu 0. Mal sehen, was sich noch tut. Jetzt schätze ich hier mit dem Angriff jetzt über die linke Seite. Aufwechslung bei der Einmannschaft. Schön gespielt. Jetzt vielleicht mal hier der Pass. Das könnte gefährlich werden. Können wir hier was aufziehen? Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die mit dem Angriff. Nein, können wir nicht. Wir werden hier von drei Spielern belagert. Also Sie sehen, wir haben es hier nicht leicht. Macht den! Wir haben es hier in den Spielen nicht leicht. Dadurch, dass wir so gut hier auftrumpfen in den letzten Spielen. Werden wir hier komplett gedeckt. Da passt er auf! Mit drei Mann. Wir müssen uns dagegen erstmal erwehren. Den Angriff! Jetzt Chelsea wieder den Angriff vereitelt. Nun Lukas Leyva. Gute Idee. Versuch den Doppelfass. Wir kommen dem Ball zu. Chelsea steht mittlerweile sehr, sehr hoch. Heute klappt das Passspiel bei Ihnen. Sehr schön. Das ist Ballsicherheit. Vielleicht die Flanke. Einfach Ballsicherheit. In die Mitte. Auf den zweiten Pfosten. Schade. Kommt um Messlos geht er da hin. Sehr gut. Vielleicht jetzt mal. Nein, wir kriegen nicht den Ball. Und dann in die Mitte geblockt den Ball. Jetzt stellt sie wieder durch die Mitte. Jetzt nach außen. Und Aspilicueta. Wieder Hazard. Sie suchen die Lücke. Oskar. Flanke in die Mitte. Bringt nichts ein. Da muss der Abwehrspieler klären. Und er ist auch zur Stelle. Und der Torwart klärt erstmal den Ball. So, da spielen wir jetzt in die entscheidende Phase. Auf Werner. Auf jeden Fall ist es extrem eng. Jetzt der Ball hier nach außen. Da kommt er nicht ran. Schlichter Pass. Aber der hätte auch mal rennen müssen, Mann. Kann doch nicht sein. Es wird jetzt eine Auswechslung geben. Lallana kommt. Lallana kommt. Vielleicht kann Lallana uns ja den perfekten Pass zuspielen, den wir hier brauchen, um hier noch was zu reißen. In den letzten paar Minuten. Vielleicht können wir hier den Ball erobern. Schade. Da geht er bei uns aus und gibt Abstoß. Was für eine Unterstützung von den Rängen heute. Die Chelsea-Fans waren richtig Stimmung. Das dürften die Spieler natürlich auch mitbekommen. Wird sie zusätzlich motivieren, da bin ich mir ganz sicher. Schade, da kriegen wir den Ball, das wir nicht. Da gibt es sogar einen Foul gegen uns. Für Chelsea. Und Cesc Fabricas. Und sie spielen hier den Ball zu. Es geht aber schon den Ball. Die letzten Minuten. Macht doch mal Henne. Werner. Wird's jetzt gefährlich. Werner jetzt mit dem Ball hier. Lukas Leyva jetzt. Vielleicht wir jetzt. Nein, wir müssen den Ball wieder abspielen. Sehr guter Einsatz. Den spielt er gut. Und da vertendet er wieder den Ball. Das kann doch nicht sein. Wo sind wir hier reingeraten? Wo sind wir hier reingeraten? Reingeraten, meine lieben Freunde. Was ist mit uns los? Seitdem wir den Schuhdier abgeschlossen haben, geht hier nichts voran. Gute Ballführung. Und das will er jetzt allein machen. Und dann geht der Pass nicht mal auf uns. Wir stehen komplett frei. Aber er muss in den Rückraum passen. Es sah so aus, als kämen sie durch. Ja, und da ist es wieder vorbei. Diesmal zum Glück nicht ausgewechselt. Aber wir bekommen wieder keine Abzendung. So haben sie sich das vorgestellt. Sie gehen heute als Sieger vom Platz. Verdient, denke ich. Klar, sie haben auch Chancen zugelassen. Aber ihre Möglichkeiten einfach besser genutzt. Das war gut, was er heute angeboten hat. Ja, unbedingt. Er hat ein Tor geschossen. Und sonst stand er auf Top. Genau. Edna sah. Der hatte sicher schon bessere Spiele. Kein guter Auftritt. Und so konnte er die Niederlage auch nicht verhindern. Ich sag's ja, wir leisten hier nichts. Irgendwas ist los mit Hunter. Ich weiß nicht was. Aber mit der ganzen Mannschaft. Wir kommen hier nur auf knappe Ergebnisse. 1 zu 0. Ich dachte noch gegen Arsenal. Ja, das haben wir gut gemacht. Aber seit dem Spiel geht's einfach nur noch bergab. Ja, mal gucken, wie lange sich diese Torflaute hier, wie lange diese Torflaute anhält. Ich hoffe nicht allzu lange, denn ich würde gerne noch mehr zeigen. Und Alex Hunter weiter nach vorne pushen. Aber es sieht nicht danach aus, dass wir hier die Chance dazu kriegen. Denn die letzten Pässe, die wir, oder die Pässe überhaupt, die wir kriegen, ist hier einfach grottenschlecht. Einfach grottenschlecht. Wir können froh sein, dass wir hier überhaupt Spiele gewinnen. Wir hätten eigentlich schon die ganzen Spiele, die wir jetzt gespielt haben, hätten wir schon verlieren sollen. Weil anders kann ich die Leistung nicht beschreiben. Anders weiß ich nicht. Ja, wir lesen uns hier leider nochmal. Die Social Media hat wieder einen Sieg für Mr. Alexander und Liverpool. Super Liverpool mit einem 1 zu 0 Sieg. Mr. Alexander ist der beste Mann. Das würde ich langsam so mal langsam bezweifeln. Ja, super Sieg und klasse Leistung heute, Alex. Ja, das sehe ich leider nicht so immer. Schön, wenn Liverpool die Erwartungen erfüllt. Liverpool, okay, das haben wir schon gelesen. Ja, als nächstes steht wieder ein FA Cup Spiel. Äh, FA Cup. FA Spiel. Ja, doch, FA Cup. Jetzt kann ich nicht mehr reden. Ich bin so aufgeregt über die Leistung, über unsere Leistung, über die Leistung der Mannschaft. Ich beende hier schnell die Folge, bevor ich mich hier noch 30.000 Mal verhaspel. Und sage bis zur nächsten Folge. Ich hoffe auf Besserung, Wiederschauen, Reingehauen. Bis dahin. Ciao.